...Henri Tarnudi ... ... wird aber kaum Chancen haben, ähnlich abzuschneiden wie Mike Fragerberg zuvor. Und jetzt fährt der Zuschauer einer der Höhepunkte ganz bestimmt dieser Weltmeisterschaften. Henri Tarnudi mit der West Side Story und ihrer Bodenübung. Ihr Versuch, dieses Musical zu interpretieren. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Dreifachschraube hat punktgenau gepasst. Doppelschraube, Salto von Heiß. Achten Sie auf den Schluss, fährt die Zuschauer. Da sank sie hin. Henri Tarnudi beweist Mut mit der Auswahl dieser Übung. Sie sind sicher nicht so weit hinaus, um hier den Konflikt zwischen Schwarz und Weiß, zwischen Weißen und Puerto Ricanern, wie das im Musical der Fall ist, darzustellen. Und dann auf die Bühne des Turnsports zu bringen. Aber immerhin hat sie den Versuch unternommen, mit der Musik mitzugehen. In die Musik.